Das ist im Holz. Holz ist irgendwas. Wenn ich jetzt die Zeugs aufmache... Okay, meine 3 Leute habe ich noch. Da geht es in die nächste Zone, will ich aber noch nicht. Und hier oben ist irgendwas. Und... ...irgendwas Grünes aufgehoben. Rezept, was war das für ein Rezept? Schnapp, Schlossgewehr. Schön. Oh, da ist schön. Sack. Geld anlegen. Das Amt zu zerstören, die Pistole zerstören, Amos zerstören. Schutzschutz brauche ich nicht. Ich muss es pricken. Es tut 6, okay. So. Es tut 6, aber wir haben ordentlich was. Äh, da ist das. Ich muss jetzt einfach gucken, ob Flapps noch läuft. Weil ihr schmiert gerne ab, wenn es zu lange aufkommt. Deshalb muss ich schauen, dass ich da jetzt gleich... Es hat sich gelohnt, hinzugehen. Seht euch irgendwas hier. So was von gefundenem. Ambrust. Schild der Schwäche ist. Irgendein Stab, noch ein Stab. Und ich... Also... Alter. Ist da noch was rein? So, auch wenn die dritte Ebene... Oder vielleicht ist es auch schon die letzte Ebene, wer weiß. Letzte Ebene, jo. Oh, mal gucken, schnell. Gut, Flapps lebt noch. Ich hoffe, es stört nicht, wenn es da unten jetzt verweidelt. Und ich muss schon drauf achten. Nicht, dass mir das Ding abschmortes Auge... Gart es an. Er hat einiges erlebt. Aber unsere blutliche Tänke ist. Ziemlich großer Bossraum. Vor der Hauptschlüssel. Nutzen wir. New Achievement. Ja, ich wüsste gerne welches Achievement. Für das rote Auge ein Prozent mehr Schaden. Wachen wir rein. Wollt es sehen, wollt es sehen. Haben wir alles drauf gemacht? Jo, scheint alles erlegt zu sein. Jetzt werde ich erst mal schauen. Ach, verdammt. Mensch. Das scheint böse zu sein. Amos brauche ich nicht, also töten. Ich sage töten, ja sicher. Unreiner Quarz. Das wäre schon nett. Den würde ich gerne hier rein tun. Ich muss es nur noch identifizieren. Das ist schon mal ein Baum. So. Wenn wir nicht mehr ab Stufe 6 rein tun. Jetzt haben wir hier Schulterschutz. Das ist auch Schulterschutz. Oh, das ist besser. So, wenn ich das dann lassen. So, jo. Ist doch alles eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt brauchen wir ordentlich rausrennen. Jetzt benutzen wir einfach den Ankerstein. Und. Ja, und dann gebe ich jetzt noch eben schnell die Quest ab. Oh, ich habe Fehler bekommen. Nee, ich brauche hier auch. Oh. Ich habe jetzt diese rote Auge-Quest abgeschlossen. Die Quest habe ich auch fertig. Achso, das ist es. Auf der Himmelsinsel. Ist das auch auf der Himmelsinsel das Zeug? Jo. Ist das? Ich habe zwei von zwei Fehlern. Ich brauche jetzt nochmal zwei. Für die anderen. Oder wie ist das jetzt? Ich schaue mal, ob die noch ein-Troppen. Du schon mal gar nicht, du Mistfiel. Seltsamer Stein. Der hat jetzt viel gebracht, um zu klatschen. Ihr klatscht ja alle seltsamen Steine. Oh, was soll das? Muss ich das tun? Jetzt ist noch ein Potter. Oh, der hat so einen kleinen Globen. Sag ich immer. Oh, ihr habt was... Nicht-identifiziertes vorgestellt. Das ich nicht brauche. Jetzt will ich erst mal zurück auf diese Inseln. Nein, da oben kann ich eben eine Quest-App geben. Bei einem von uns. Vielleicht werde ich noch Stufe 6 sehen können. Und uns noch meine... neuen Sachen da beim Gucken. Was ist das? Geht kaputt. So. So. real? Das ist definitiv. So etwas Spannungsgeladene Oh, wir sind gleich Stufe 6! Gut! So, jetzt müssen wir mal auf die Himmelsinseln! Und jetzt werde ich... Hoffentlich... ... gleich endlich mal diese Folge werden können, ey! Meine Fresse! Ich dachte, Ambos geht doch einfach! Ach, kaputt! Dann werde ich nicht rein! Nur zu dem hier! Die Himmelsinsel, bitte! Oh Gott, der Erbischleuer... Naja... Macht ja Spaß, ne? Du, bitte, bitte! Komm, wir werden mal schneller hier! Was geht denn an? Einmal da oben! Bäm, Stufe 6! Ich nehme erstmal alles, was jeder dazu sagen darf! ... Yes! O-Morgan! Den können wir nicht auf dem Steck 36! Aber... ... 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 Was ist denn das jetzt hier? Jetzt Blutrasch, aber ich wollte die verbesserten Brötlinge, also machen wir die das nächste Mal. Habe ich die Axt jetzt in der Hand? Was ist die so klein? Ähm, Wind. Einhand-Axt. Wird nur nicht angezeigt. Okay. Gut, dann können wir das jetzt kaputt machen. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Ich würde sagen, wir geben noch das eine Kriste ab. Und damit würde ich sagen, ich bin Metron, das war's für den ersten Teil von, also den ersten Teil von, mehreren Teil von, äh, Let's Show Mythos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Feedback bitte in die Kommentare oder auf meinen Kanal. Wenn's euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö tschö. Das war's für den nächsten Mal. Dann könnt ihr, also kommt er.